Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein fünftes Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung, Drucksache 19, Drucksache 19, Drucksache 19, zur Einbringung des Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Hessische Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung tritt am 31. Dezember 2018 außer Kraft. Der Gesetzentwurf sieht die Verlängerung der Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 2026 vor. Für sich betrachtet ist dies unspektakulär. Dies gilt auch für die weiteren Änderungen des Gesetzes. Beachtung verdient das Ergebnis der Evaluierung des Gesetzes. Diese, die für die Verlängerung von Gesetzen erforderlich ist, fand im Jahr 2016 statt. Ihr Ergebnis ist, dass sich das Gesetz bewährt hat, und zwar so gut, dass nur wenige inhaltliche Änderungen vorzunehmen sind. Erfolgreich bewährt haben sich insbesondere die Vorschriften über den Wegfall des Vorverfahrens und über den Wegfall des Devolutiveffektes des Widerspruchs bei den Landkreisen und größeren Städten. Der Wegfall des Vorverfahrens war in Hessen seit 2001 schrittweise eingeführt worden. Ziel war die Reduzierung von Verwaltungsaufwand überall dort, wo diesem Verwaltungsaufwand kein größerer Nutzen gegenüberstand. Durch die Reduzierung des Verwaltungsaufwands konnte und kann sich die Verwaltung nunmehr anderen Aufgaben effizienter widmen. Außerdem werden die Verfahren beschleunigt. Die Möglichkeit, schnell zu bestandskräftigen Entscheidungen zu gelangen, war und ist in Bereichen mit wirtschaftlichen Auswirkungen besonders wichtig. Der Wegfall des Devolutiveffektes bedeutet, dass die Landkreise und Städte über den Widerspruch zu entscheiden haben, wenn dieser sich gegen Verwaltungsakte richtet, die sie selbst erlassen haben. Hierdurch wird die Möglichkeit eröffnet, das streitige Verfahren über alle Stadien hinweg durch dieselbe Verwaltung zu begleiten. Im kommunalen Bereich ist dies sachgerecht und bürgernah. Für die kommunalen Behörden ist die Bürgernähe ein wichtiges Anliegen. Ebenfalls bewährt haben sich die Vorschriften über das Anhörungsverfahren. Die Mehrheit der bei der Evaluierung beteiligten Stellen und Verbände hat sich dafür ausgesprochen, das Anhörungsverfahren unverändert bestehen zu lassen. Der Gesetzentwurf setzt das Ergebnis der Evaluierung um. Neben den redaktionellen Anpassungen betreffen die erwähnenswerten Änderungen die Ersetzung der statischen Verweisungen im Gesetz durch dynamische Verweisungen, den Wegfall des Vorverfahrens bei Kostenentscheidungen über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren und den Wegfall des Vorverfahrens bei Kostenentscheidungen. Ich wünsche den weiteren Beratungen einen guten Verlauf. – Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Erster spricht Kollege Rudolph, SPD-Fraktion. Redezeit für fünf Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit Beschluss vom 19. Juni 2017 hat die Landesregierung eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf beschlossen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Das ist jetzt ein normales Gesetzgebungsverfahren. Die Regierung berät über ein Gesetz, das bis 31.12.2018 befristet ist, entscheidet dann, ob dieses Gesetz verlängert werden soll, führt dazu eine regierungsinterne Anhörung durch. Ich finde, dafür muss man diese Regierung loben. – Ja, da kenne ich nichts, Herr Kollege Frömmrich. – Jetzt kommt die kleine Einschränkung, Herr Minister Al-Wazir. – Kollege, das geht ja nicht, aber Herr Minister Al-Wazir. – Nein, Sie sind kein Landtagsabgeordneter mehr. – Wir müssen da schon korrekt und genau sein. Herr Minister Al-Wazir, das ist das normale Geschäft der Regierung und nicht immer der Koalitionsfraktionen. Insofern ein ganz normales Prozedere, das wir ausdrücklich begrüßen. Es geht doch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweiter Punkt, inhaltlich nicht so spannend. Ich will auf einen Punkt hinweisen. Die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in einigen Fällen war damals von uns kritisch thematisiert worden. Daran hat sich auch nichts geändert. Wir werden im Innenausschuss zu beraten haben, ob wir eine erneute Anhörung durchführen oder ob die regierungsinternen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden können. Wir entscheiden dann, ob wir das Verfahren abkürzen können. Uns würde tatsächlich interessieren, ob die Evaluierung an der Stelle etwas gebracht hat. Manchmal hat ein Vorverfahren, ein Widerspruchsverfahren auch schon den Effekt, dass man da nicht klagen muss. Gerade auch Verwaltungsgerichte haben sehr viel zu tun. Die Verfahren dauern teilweise zwei bis drei Jahre. Das ist ein Punkt. Wenn es jetzt keine Hinweise aus der Praxis gibt, dass das zu vermehrten Klagen geführt hat, wäre das in der Tat auch ein Aspekt, den man dann berücksichtigen muss. Deswegen können wir in einem vernünftigen, dennoch kurzen Verfahren entscheiden, ob wir dieses Gesetz so verlängern können. Dazu sind wir ausdrücklich bereit. – Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. – Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bauer zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat ist das Thema kein Gassenhauer, aber man muss trotzdem ein Stück weiter zur Stellung nehmen. Kollege Rudolph hat deutlich gemacht, dass wir in der Lage sind, nach der entsprechenden Auswertung und Evaluation dieses Gesetz auch mit sinnvollen Modifikationen und Veränderungen zu verlängern. Es sind umfangreiche Vorbereitungen schon erfolgt. Wenn man sich die Unterlagen anschaut, kann man sicher sein, dass man auf einem guten Weg ist und die entsprechenden Anforderungen auch gut eingearbeitet sind. Die Regelungen haben sich nach den Stellungnahmen grundsätzlich bewährt. Es macht auch Sinn, dass man in regelmäßigen Abständen überprüft, ob Gesetze in dieser Form noch weitergeführt werden müssen oder ob sie ein Stück weit auch modifiziert werden müssen. Das hat die Landesregierung auch eingeführt. So konnten wir in den ersten zehn Jahren rund 15 % der Gesetze und rund 30 % der Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften abbauen. Das ist auch ein wichtiger Hinweis, dass man durch Evaluation gewisse Dinge entschlacken kann und damit auch ein Stück weit mehr Klarheit und Transparenz im Verwaltungshandeln schaffen kann. Bestandteil der Begrenzung von Rechtsvorschriften war und ist die Evaluation. Die hat nun für das Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung, dessen Ablauf am 31.12. stattgefunden. Er hat mittlerweile Folgendes festgestellt, dass alle, die in der Praxis damit zu tun haben, Stellungnahmen abgegeben haben. Die Ressorts, die nachgeordneten Behörden, die Kommunalen Spitzenverbände, die Wirtschafts- und Infrastrukturbank konnten Erfahrungen einbringen. Alle haben mehr oder weniger die entsprechende Fortführung auch für gut befunden. Es handelt sich bei den hier angepassten Änderungen lediglich um kleinere, formale Änderungen und Änderungen redaktioneller Art. Der Diskussionsbedarf bestand lediglich bei dem Wegfall des Devaluationseffekts. Damit wird der Umstand bezeichnet. Ich musste mir das auch ein Stück weit aneignen, dass Rechtsmittel immer von der nächsthöheren Instanz entschieden werden. Das ist sicherlich ein Thema, das strittig dargestellt wurde. Zumindest hat sich der Hessische Städtetag hier für eine Wiederanführung ausgesprochen. Der Landkreistag hat sich für einen angemessenen Ausgleich für den Wegfall stark gemacht. Wir werden das im Ausschuss zu erörtern haben. Dementsprechend möchte ich an dieser Stelle heute nicht weiter darauf eingehen. Die Beratungen beginnen jetzt erst. Aber ich glaube, dass wir mit dem Gesetz in kürzester Zeit auch zu einem guten Ergebnis kommen können. – Besten Dank. Danke, Herr Bauer. – Für die Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN hat sich Herr Frömmrich gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am Anfang muss ich sagen, dass ich das noch erleben darf. Da haben wir alle darauf hingearbeitet, dass der Kollege Rudolph hier vorne hingeht und die Hessische Landesregierung lobt. Das finde ich doch etwas, was man durchaus einmal erwähnen sollte. Denn dann steht es auch im Protokoll. Es wäre auch ganz schön, wenn die Damen und Herren der Regierung das den jeweiligen Kollegen, die heute nicht da sind, erklären. Ich kann mich nicht erinnern, dass das in dieser Wahlperiode schon einmal so passiert ist, dass die Hessische Landesregierung vom Kollegen Rudolph gelobt worden ist. Ich finde, das sollten wir einmal unterstreichen und uns darüber freuen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN – Sie haben das gesagt, dass die Landesregierung jetzt hier ein Gesetz vorlegt, das vorher auch angehört worden ist und das dann auch dem Landtag zugeleitet worden ist. Ich verstehe dann hintenrum die Kritik immer nicht so richtig, weil eigentlich ist der Gesetzgeber der Hessische Landtag. Von daher kann man auch eigentlich nicht schlecht finden, dass die Regierungsfraktionen Gesetze einbringen. Aber okay, darüber kann man mit Sicherheit streiten. Ich kann mich noch an alte Zeiten erinnern. Da hat man in Runden zusammengesessen. Da wurde abends, wenn die Vorlage da lag, gefragt, welchen Briefkopf nehmen wir dann. Da sollte man sich vielleicht auch einmal daran erinnern, wenn man sich darüber auslässt, dass Regierungsfraktionen Gesetze hier vorliegen. Der Innenminister hat es gesagt, das ist ein ziemlich unspektakuläres Gesetz, das heute von der Landesregierung vorgelegt wird. Das Ursprungsgesetz läuft 2018 aus. Wir wollen das bis 2026 verlängern. Es hat eine umfangreiche Evaluation zu dem Gesetzentwurf stattgefunden. Es geht im Prinzip um eine Sache. Der Kollege Rudolph hat es angesprochen, das ist die Frage der Widerspruchsverfahren und der damaligen Abschaffung der Widerspruchsverfahren. Dazu werden diejenigen, die dazu angehört worden sind, auch ausgiebig Stellung genommen haben. Von daher werden wir das mit Sicherheit auch im Ausschuss bei der Anhörung ausreichend diskutieren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Anhörung im Ausschuss. Vielen Dank, Herr Frömmrich. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Das heißt, wir... ... ja, aber fix dann. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Nö, 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 nö. Okay, Herr Schaus für DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich war jetzt etwas überrascht, weil ich davon ausgegangen bin, dass sich die FDP da auch noch zu Wort melden wird, aber nun gut. Okay. Es ist ja schon angesprochen worden. Der Kern des vorliegenden Gesetzesänderungen ist neben, ich sage mal, redaktionellen Änderungen, die Änderung des § 16a. Hier geht es um die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens, also eines Vorverfahrens vor einem Gerichtsverfahren. Ich möchte jetzt mit einem Zitat beginnen aus dem Juni 2002, aus einer Diskussion hier, als der § 16a seinerzeit eingeführt wurde. Ich sage Ihnen dann im Anschluss, wer das gesagt hat, Herr Frömmrich. Das Widerspruchsverfahren wird weitestgehend abgeschafft. Was das mit Bürgerfreundlichkeit zu tun haben soll und damit, dass die Verwaltung effektiver arbeiten kann, bleibt mir ein Rätsel. Denn die Verwaltung ist immer noch für die Bürger da und nicht umgekehrt. Das ist aus der 111. Sitzung der 15. Legislaturperiode, Seite 7.717 bis 7.718. Dieser richtige Satz stammt seinerzeit von der Abg. Priska Hinz. Vizepräsidentin Heike Habermann Von den GRÜNEN. Damals waren Sie, Frau Hinz, noch in der Opposition. Heute verantworten Sie als Mitglied der Landesregierung diesen Gesetzentwurf mit, in dem der § 16a mit einem erweiterten Anwendungsbereich erhalten bleiben soll. Das heißt also einmal wieder eine grüne Pferdwende. Vizepräsidentin Heike Habermann Können Sie gerne nachlesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Widerspruchsverfahren hat vier wichtige Funktionen. Die Selbstkontrolle der Verwaltung. Die Information der Bürgerinnen und Bürger sowie umgekehrt auch die der Verwaltung. Die Entlastung der Verwaltungsgerichte. Und einen effektiven außergerichtlichen Rechtsschutz. Dabei ist der letzte Punkt, nämlich der außergerichtliche Rechtsschutz, ein ganz zentraler. Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens erfolgt eine volle inhaltliche Überprüfung der ursprünglichen Entscheidung, die gerichtliche Nachprüfung ist auf eine reine Rechtsmäßigkeitskontrolle beschränkt. Das muss man auch wissen in dem Zusammenhang. Im Rahmen dieser Rechtsmäßigkeitskontrolle sind also die Gerichte nicht befugt, ihre eigenen Ermessensentscheidungen an die Stelle der Ermessensentscheidung der Behörden zu stellen. Sie können lediglich auf Ermessensfehler überprüfen. Ob der Verwaltungsakt auch zweckmäßig ist, darum geht es in den Gerichtsverfahren also nie. So ist ein Teil des Rechtsschutzes mit dem Wegfall des Widerspruchsverfahrens flötengegangen. Das darf aus unserer Sicht so nicht bleiben, meine Damen und Herren. Das Widerspruchsverfahren ist bürgerfreundlich. Mithilfe des Widerspruchs haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich gegen einen belasteten Verwaltungsakt zu wehren oder den Erlass eines abgelehnten Verwaltungsaktes zu erreichen, ohne sofort den Klageweg zum Verwaltungsgericht zu beschreiten. Im Widerspruchsverfahren finden klärende Gespräche zwischen der Behörde und dem Adressaten eines Verwaltungsaktes statt. So werden die Bürgerinnen und Bürger ernst genommen, können die betroffenen Entscheidungen eventuell verstehen und auch akzeptieren. Wenn der Bürger oder die Bürgerin aber keine andere Wahl hat, als direkt ein teures Klageverfahren anzustreben, vielleicht noch mit einer Anwältin oder einem Anwalt vor einem Verwaltungsgericht, dann ist das aber bürgerfeindlich und nicht bürgerfreundlich. Deshalb sagen wir, Hessen muss zurückkehren zum Widerspruchsverfahren in allen verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten wieder hin zu einem bürgernahen und bürgerfreundlichen Verfahren. Meine Damen und Herren, das wollen wir auch sehr gerne mit den Verbänden, mit den Anzuhörenden, also über den Rahmen der Verwaltung hinaus, diskutieren und freuen uns auf das entsprechende Anhörungsverfahren im Innenausschuss. Danke, Herr Schaus. Jetzt liegen wirklich keine Wortmeldungen mehr vor. Das heißt, wir überweisen diesen Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss. wir sehen uns ja nach den Widerschern. Wir sehen uns ja als an den Widerschern. Und wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns! Wir sehen uns. Wir sehen uns.